Ja, guten Morgen. Heute möchte ich mit euch über das Thema reden, warum werden in meinem Google-Kalender keine Geburtstage mehr angezeigt. Nun, scheinbar hat Google im Februar an den Datenschutzeinstellungen rumgefummelt und braucht jetzt explizit von euch die Anweisung, die Google-Dienste, zum Beispiel Kontakte für den Kalender, gemeinsam benutzen zu dürfen. So, um das wieder zu aktivieren, geht ihr einfach in euer Google-Konto, ja, dann unter dem Thema Daten und Datenschutz. Da kommt dann irgendwann der Bereich verknüpfte Google-Dienste. Das seht ihr hier. So, und dann müsst ihr einfach entweder alle Google-Dienste oder zumindest die Kontakte aktivieren, damit die Geburtstage wieder im Kalender ausgespielt werden. Ja, und sobald ihr das gemacht habt, ein paar Sekunden später, sind alle Geburtstage eurer Kontakte wieder in eurem Kalender verfügbar. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesem kleinen Tipp helfen können, denn ich habe auch wieder eine gewisse Zeit lang danach gesucht und mich natürlich geärgert. Aber, so ist es. Naja, einen schönen Tag wünsche ich euch. Alles Gute, der Gerhard aus Biberach.